Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Aus unserer eigenen RP-Kollektion möchte ich euch jetzt die Seamless Boxer Short für den Herren zeigen. Diese speziell für Männer entwickelte Funktionsunterwäsche bietet bei vielen sportlichen Gelegenheiten zahlreiche Vorteile. Das weiche, leichte und hautsympathische Material ist angenehm zu tragen und lenkt beim Laufen nicht ab. Außerdem ist das Material sehr schnell trocknend und dadurch nach der Wäsche schnell wieder für den nächsten Lauf einsatzbereit. Die sogenannte Active Silver Ausrüstung auf Basis aktiver Silbersalze vermindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen und wirkt antibakteriell. Durch die Verwendung einer 3D-Stricktechnologie erhält diese Short eine sehr ergonomische Passform. Wie der Name schon sagt, ist die Short nahtlos verarbeitet und es entsteht so keinerlei Reibung auf der Haut. Wenn ihr hochfunktionelle Laufunterwäsche mit bereits bestehenden Lauftextilien kombinieren möchtet, dann seid ihr mit der Seamless Boxer Short von RP bestens bedient. Und diese Unterwäschenkollektion bekommt ihr natürlich in unseren Runners Point Filialen oder auch hier im Shop unter www.runnerspoint.com RP Untertitelung des ZDF, 2020